Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schokie-Eier, Schokie-Hasen und alle anderen Osterartikel aus Schokie gibt es im Kauf ab 25 Fr. 5 Fr. günstiger. Und auf das ganze Food- und Non-Food-Sortiment kommen Sie erst noch 10-fache Superpunkte über. Bei so viel Bon freut sich sogar der Osterhase. Aber daran denken und die wertvollen Gutsche rechtzeitig einlösen, damit sie nicht verfallen. Wie immer um die Jahreszeit sind wieder die Hasen aktuell. Und man weiss ja, dass die fürs Leben gerne Rüebel essen. Unsere Confiseure haben sich aus diesem Grund auf die Osteren etwas Neues ausgedenkt. Der Rüebeli-Has-Hari, eine Kreation aus extra feiner Schweizer Milchschokie mit dunkler und weisser Schokie und originell dekoriert. Beim Osternestli-Verstecken stellt man jetzt fest, dass eigentlich auch der Garten Verziere könnte brauchen und das Rasenmähen fällig ist. Coop ist der kompetenteste Anbieter von Gartenmaschinen. Im Bau und Hobby finden Sie ein Breitsortiment an Rasenmäher. Vom einfachen Handmodell bis zum professionellen Aufsitzmodell für grosse Flächen. Besonders interessant für das Gartenbudget ist zurzeit der T484TR von Garda. Den kraftvollen Benzinrasenmäher mit 5 PS offerieren wir Ihnen noch bis Ende März zum Monatstiefpreis ganze 300 Franken günstiger. Dieses Modell ist mit einem Katalysator ausgestattet. Sie können darum in ihrer Gesundheit und der Umwelt zu lieb das schadstoffarme Espen-Viertag-Benzin verwenden und damit auch noch die Lebensdauer vom Motor verlängern. Besonders einfach ist das Rasenmähen mit dem neuen Bosch Sichelmäher Rotag 40C. Der hochdauerige Motor und die extrem schnelldrehenden Messer werden auch mit hohem und nassem Gras problemlos fertig. Das geringe Gewicht, das einfache Einstellen der Schnitthöche, der verstellbare Bügelholm und der praktische Grasfangkorb machen die Handhabung des Elektromärs besonders einfach und komfortabel. Auch den neuen Sichelmäher von Bosch gibt es jetzt im Bau und Hobby zum Aktionspreis. Eine Gelegenheit, die wir nicht zu etwas passen. Bei uns im Studio begrüsse ich jetzt einen ausgewiesenen Fachmann für Rasen. Herzlich willkommen Jörg Emhart. Herr Emhart, ein schöner Rasen ist ein Stolz von jedem Gartenbesitzer. Was muss man machen, damit der Nachbar richtig neidisch wird? Vor allem regelmässig schneiden. Wenn man das nicht macht, bilden sich keine Seitentriebe. Es gibt Lücken und Trittfestigkeit lässt nach. Und vor allem von Ungraut und Mosa verwuchern. Regelmässig schneiden, was heisst das? Im Frühling macht man normalerweise den ersten Schnitt, wenn der Rasen 5-6 cm hoch ist. Während dieser Zeit sollte man den Rasen jede Woche schneiden, damit das Wachstum gefördert wird. Und später, wenn es wärmer wird? Im Sommer mäht man den Rasen nur noch alle 10-14 Tage, wenn er trocken ist. Vor allem nicht bei der grössten Hitze, eher gegen den Oben. Und nicht kürzer als 3,5-4 cm, damit der Boden von der Sonne nicht austrocknet wird. Auf was muss man sonst noch schauen? Messer müssen vor allem gut geschliffen sein. Das kann man selber machen oder lassen lassen, oder die Messer alle 1-2 Jahre auswechseln. Und vor allem daran denken, den Rasen ab und zu zu düngen. Danke, Herr Imhart. Das ist gerne gescheit. Neben Rasenmäher hat es im Bau und Hobby auch alle übrigen Gartenmaschinen, die in die Arbeit erleichtern. Zum Beispiel der Rasen-Trimmer zum Schneiden von sauberen Kanten oder die Gras-Scher mit aufladbaren Akkusen. Mit dem entsprechenden Power-Bahn gibt es übrigens bei jedem Einkauf im Bau und Hobby ab 100 Franken einen Rabatt von 20 Franken. Auch unsere Restaurants machen mit und offerieren ein warmes Getränk nach Wahl und ein feines Osterküchli im Wert von 4.80 Franken einen Franken 50 günstiger. Mit diesem Hinweis sind wir am Schluss für heute. In einer Woche sehen Sie bei uns unter anderem, was für Spielsachen dieses Jahr gut ins Osternestli passen. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017